Zeit gegrüßt, ihr Abenteurer, und willkommen zurück zu Let's Play Darksiders 3 und dem The Crucible DLC. Wir haben das letzte Mal in der Feuerprobe leider auch alle unsere Belohnungen verloren, weil wir, ja, etwas doof gestorben sind. Ich denke, wir werden aber erstmal versuchen, die Feuerprobe einmal durchzuspielen, als darauf Rücksicht zu nehmen, dass wir irgendwelche Boni bekommen. Von daher werden wir das erstmal so handhaben und danach kann man ja immer noch sagen, dass man hier ein bisschen farmt, um die bessere Ausrüstung zu bekommen, respektive die besseren Rüstungen. Definitiv, denn wir haben ja etwas freigespielt und zwar können wir jetzt bei Level 3 starten, was Welle 51 bis 75 bedeutet. Und da wir dann bei Level 4 auch nochmal starten können, wenn wir die Welle 76 erreichen, gehe ich davon aus, dass wir mindestens 125 Wellen haben werden. Das klingt eigentlich logisch. Versuchen wir es also nochmal. Welle 51. Erstmal jede Menge Gemetzel. Ja, kommt ruhig. Das ist alles nur, das dient eigentlich alles nur als Kanonenfutter, um die Erholung der Nephilim wieder zu regenerieren. Zumindest verstehe ich das so. Diese Fernkämpfer können durchaus ein Problem darstellen. Oh ja, da kommen unsere Freunde hier. Ich habe das Gefühl, ich muss gleich mal ein wenig den Sound runterdrehen, so. Weil ich verstehe kaum mein eigenes Wort. Und das ist etwas unpraktisch, wenn man versucht, mich zu konzentrieren oder ein Let's Play zu kommentieren. So. Jetzt verändert sich wieder die Arena, so wie wir es kennen. Da hinten hatten wir den Fernkämpfer. Die sind allerdings kein Problem. Das ist die stärkere Variante. Hier müssen wir etwas vorsichtiger sein. Ich finde es gut, dass man hier wenigstens nicht runterfallen kann. Das ist ganz angenehm. So, haben wir jetzt nur noch die beiden ansonsten? Sieht es für dich so aus, als wäre ich gerade dabei zu verlieren. Manchmal verstehe ich den Typen nicht. Okay, das war doof. Ah. Okay. So, wir nehmen mal eine Erholung der Nephilim. Wenn wir in diesen Modus gehen, in den Feuermodus, dann sollten wir allerdings auch eine verbesserte Gesundheitsregeneration haben. Weil ich da ja eine von diesen Glyphen eingesetzt habe. Uah. Autsch. Autsch. Yo. Das ist jetzt etwas unpraktisch gelaufen. Hilfe. Okay, sehr gut. Das läuft. Welle 55. Sollte man auch immer einsetzen, wenn man kann. Schließlich ist es eine Sache, die sich wieder auflädt mit der Zeit. Fuck. Und da haben wir die nächste Erholung der Nephilim zurück. Ah ja, jetzt fragt er uns wieder. Jeder Triumph bringt dich den Gipfel mir. Natürlich wollen wir nicht. Wir werden weitermachen. Ich bin echt schon gespannt auf den nächsten Boss. Das dürfte jetzt wieder hier eine Reihe von Untoten werden, die hier kommen. Vermute ich. Ah, das sind unsere fliegenden Freunde hier. Aber, so, wie war das nochmal? Ich habe leider schon wieder vergessen, wie man hier anvisiert. Wartet mal, das war... Äh... Nein. Äh... Okay, das hat jetzt zur Abwechslung mal geklappt, aber irgendeine Taste musste ich doch da drücken. War es T? Es war Z. Nein, war es auch nicht. Ach, ich weiß es einfach nicht. Okay, die haben sich selbst eliminiert. Das ist schön. Wow. Den konnten wir so dodgen, das ist angenehm. Ja. Vielleicht können wir den auch so töten. Perfekt. Und jetzt haben wir... Ah, diese komischen Engel hier. Perfekt. Und die Nephilim sind wieder voll. Verdorbene Engel und gesunde Engel. Ich nenne es jetzt einfach mal gesunde Engel. Kämpfen zusammen. Okay. Nein. Mann. Jetzt haben wir das gute unvergängliche Fragment eingebüßt. Das ist scheiße. Oh Gott. Wir brauchen das wieder. Wir brauchen das wieder. Ich habe das Gefühl, die sind viel stärker als normalerweise. Ich meine, das ist ja eine ganze Weile her, dass wir gegen die gekämpft haben. Im toten Acker war das ja. So, er will uns wieder hier ablösen. Aber... Nein heißt nein. Es kann also wieder nach oben gehen. Und das Ding geht einfach nur wieder runter. So. Okay. Ah, okay. Diese komischen gesichtslosen. Die mich sehr, sehr an Warcraft 3 erinnern, aber das habe ich ja schon mal erwähnt. Beide tot. Yes. Oh, da kommt schon der Nächste und das ist auch noch ein abgegradeter. Oh, fuck. Ich wollte gerade sagen, da ist doch was hinter mir. Das ist einer von den noch stärkeren von denen. Kriegen wir aber hin. Gut. Na, komm schon. Mann, immer diese Phasenverschiebungen. Das ist eine Fähigkeit, die ich auch gerne hätte. Okay. Zwei davon. Noch einer davon, aber da... Oh nein, jetzt kommt die. Okay. Das ist eine von den Nächsten. Ja. Okay. Da muss man sich aber jetzt schon wirklich ganz schön konzentrieren Ich dachte gerade, hey, warum sieht er auf einmal so komisch aus, aber ich habe einfach nur seine Rückenansicht betrachtet Nein, wir machen natürlich weiter Was können wir nochmal bei ihm kaufen Na, ich hatte befürchtet, dass wir keine Heiltränke bei ihm kaufen können Das war zu befürchten, dass hier wieder irgendwelches komisches Engelvieh herumfliegt Fliegende Gegner finde ich wirklich nervig Ok Oh nein Einer von der ganz starken Sorte Ok, den haben wir perfekt ausgekontert Und tote inklusive Skelette Keine Ahnung, warum die glauben bei Welle 68, dass es immer noch ein Ding ist Ok Vielleicht ist es wirklich noch ein Ding Immerhin kriege ich den Ich hätte jetzt fast Estus-Flakon gesagt Kriege ich die Erholung der Nephilim wieder zurück Bei der 69 Oh je Na ja, das war ja dieser Dreierangriff Ich glaube, wir machen erstmal ein Ding Öah Ok, immerhin ist das Vieh tot Ah, da kommt ein neuer Perfekt 1A zerprügelt Mensch, der Bonus ist ja mittlerweile gar nicht schlecht 5600, immerhin Wir machen aber natürlich weiter Wir haben immer noch unsere Zorngestalt hier Die uns auch großartige Dienste leisten wird Das weiß ich Oh, oh Eine mittlerweile sehr, sehr gemischte Truppe Okay Ja, das hat sie nicht geschafft 72 Natürlich kommt so einer nun wieder Leider zu spät, aber der Den zweiten konnte ich kontern Und weg mit ihm Da kommt der nächste Oh mein Gott Warum Wollte ich gerade sagen, warum trinkt sie denn nicht? So, jetzt hat sie aber So, jetzt habe ich beide meine Güte nochmal Ach du Scheiße Okay, das, das ist ne fiese Das ist ne sehr, sehr fiese Gemeine Welle Okay, das ist ne sehr, 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 sehr oh fuck oh scheiße wir werden voll Punkte abgezogen was bringt mir denn das alles wenn wir die ganze Zeit hier nur meine Punkte abgezogen werden 74 vor der Boss Ebene ja toll ich hatte vorhin noch 5000 oder was jetzt habe ich so viel verloren ganz ehrlich für die ganze Mühe kriege ich jetzt gerade mal irgendwie vier von diesen Marken das ist ziemlich lächerlich ich weiß ich bin nicht der geborene Kämpfer aber trotzdem kann man mir da nochmal ein bisschen mehr zugestehen das ist Bis zum nächsten Mal. Ein Engel-Boss also. Komm schon, immerhin kriegst du jetzt keine Minions mehr. Sehr gut. Rastion. Wahrscheinlich eine Anspielung auf Bastion. Oh, guck mal, er hat seine Flügel verloren. Das kann man hinten an den Abdrücken sehen. Also wahrscheinlich sowas wie ein bestrafter oder gefallener Engel aus irgendeinem Grund. Großartig. Wir haben ihn. Und ich würde jetzt sagen, wir machen noch 5 Wellen und dann werden wir erstmal die Belohnung einheimsen. Hörst du hier auf oder kämpfst du weiter? Hast du dich mit deinem Bruder versöhnt? Ha, wohl kaum, Reiter. Ich habe diesem undankbaren Tölpel ein Friedensangebot gemacht. Und er hat es mit Füßen getreten. Ist das zu fassen? Absolut. Mich überrascht mittlerweile fast nichts mehr. Ich schätze, du willst darüber reden. Vielleicht wann anders, Reiter. Ja, bei Welle 100. Machen wir weiter. Zeig's Ihnen. So, dann gucken wir mal, was uns jetzt erwartet. In diesem Level 4. Einfacher dürfte es nicht werden. Ah ja. Dann haben wir es mit diesen Dämonensklaven zu tun. Wir können also einige dämonische Sklaven erwarten. Findest du? Danke. Oh, ich wollte gerade sagen, was ist das denn? Einer von diesen komischen Dreckskäfern hier. Einmal die Deckung umrunden. Hier kriegt man einen ordentlichen Bonus, wie ich gerade sehe. Das ist nicht schlecht. Okay, den da oben. Wow. Dass der angesprungen kam, habe ich gar nicht gemerkt. Aber wir haben ihn aufgehalten. Umso besser für uns. Ich wollte gerade sagen, da hinten wirft doch einer. Nehmen wir ein bisschen Deckung mit. Sehr gut. Erstmal den loswerden. Das stört mich, glaube ich, am meisten. Gut, dass die überhaupt keine Deckung haben. Noch einer? Gerne doch. Zeig mir dein Hörnchen. Oh, fuck. Oh, fuck. Was mache ich denn hier gerade für eine Grütze? Ich beschäftige mich jetzt gar nicht mehr mit dem. Ich lasse ihn einfach so verrecken. Geht doch. Ja. Und jetzt hören wir auf. Bei Welle 80. Jeder Triumph bringt dich. Wir hören auf. Gewinn, annehmen und gehen. Nur gehen. Feuerprobe-Münze. Die Währung der Feuerprobe kann bei Targon gegen Herstellungsmaterial in Gegenstände und Rüstung getauscht werden. Perfekt. Und wir dürften jetzt 8 davon haben. Wir können ja mal eben gucken. Malreiter. Ich habe womöglich etwas, das dich interessiert. Diamant spart Brocken. Braucht 50. Aber gut, man kann damit eine Waffe auf bis zu plus 10 bringen. Was natürlich gewaltig ist. Ähm. Wir wollen sparen auf eine der Rüstungen. Magie Schaden, Leucher, wenn ein Gegner getötet wird, Gesundheitsregeneration pro Minute. Ich finde ja am besten den Schattenpanzer des Sensenmanns. Physischer Schaden, Verringerung des physischen Schadens und Gesundheit plus 20% ist natürlich auch Wahnsinn. Gegenangriff, Stase-Dauer, Dauer der Stase-Form. Ja, das, das, es gibt schon coole Sachen. Gar keine Frage. Na schön. Ähm. Ich glaube, wir sollten jetzt als erstes mal zurück zu Vulgrim gehen. Wir müssen nämlich von diesen unvergänglichen Fragmenten vielleicht mal welche kaufen. Würde ich sagen. Wir sind ja schon weit gekommen. Wir sind bis Welle 80 gekommen. Womit kann dir dieser Bescheid? So, wollen wir mal gucken. Ähm. Das unvergängliche Fragment kaufen wir jetzt erstmal. Ich wusste, du kannst nicht anders stehen. Zweimal sollte okay sein. Wir können hier auch Dämonen-Artefakte und Engels-Artefakte noch weiterhin kaufen. Sogar das Herz eines Auserwählten. Echo-Zeiten. Nein. Gesundheitslöcher. Ja, die brauchen wir. Sei gegrüßt. Lass dir zahlen. Eine ausgezeichnete Wahl. Ähm. Oh, die Feuerprobe-Münzen kann man auch verkaufen. Interessant. Das ist wirklich interessant. Kann ich noch eine Seele verfüttern? Nein. Naja, ich kann ihm das erstmal geben. Aber mittlerweile brauchen wir zu viel, um eine Stufe aufzusteigen. Müsste hierdurch nicht die Gesundheitsregeneration eigentlich schneller werden? Wird sie das denn? Wir können ja mal nochmal wechseln. Für mich das Gefühl, dass sie schneller ist. Wird sie das denn?